Servus Eric, Servus Luca. Das hier ist Lukas aus Kopenhagen. Ich wollte eigentlich nur Urlaub in Kopenhagen machen, aber schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Ist das Karbonat oder was? Ja, das ist Karbonat. Das ist der Typ von CLP. Ja, das ist der Typ, der gerne Sonic spielt. Ja, ein Pokémon. Ein unfassbar cleverer und netter Typ. Komm, wir machen hier mal einen Schulterschluss. Baden-Württemberg, ich sag's eine anhaltische Zusammenkunft. Genau, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, würde Helmut Kohl sagen.